Ich weiß nicht, ob man uns eine solche Waffe anvertrauen kann. Aber den Nazis ganz sicher nicht. Wir haben keine Wahl. Drei, zwei, eins. Oppenheimer. Diesen Sommer hier in deinem UCI. Und wir machen dich zum VIP. Mit der Chance, einen Luxusaufenthalt in London und Karten zu einem exklusiven Premieren-Event zu gewinnen.